Jo, willkommen zurück zu, äh, was spiele ich nochmal, Star Wars Empire War, Force of Corotian Expansion, genau, das, äh, letztzeitig die vorlesen müssen, aber, naja, egal, so, wir verlieren heute nochmal mit dem Imperium, äh, spielen, meine ich, äh, so, nachdem ich ja so eine unfassbar gute Leistung mit den Rebellen abgeliefert habe, möchte ich das jetzt mit den Imperialen ein bisschen besser machen, ein bisschen besser, besser, äh, ja, guck mal, Äh, von Alderaan, ich würde das auch diesmal so machen, dass ich das Imperium auswähle, so, die kriegen wieder schwere KI, und, äh, wir kriegen mal die Rebellen, wir gehen dann natürlich mal wieder auf blau, das Imperium ist alt immer blau, das Imperium hat einfach blau zu sein, so wie die fliegen, und, äh, aber entse trotz, yo, ähm, ich stelle es diesmal so ein, dass ich einen Kollegen dabei habe, und ich habe es ja nicht auf mir sitzen lassen, ich habe tatsächlich nochmal eine Runde gespielt, äh, ein, zwei, drei Runden, glaube ich, ähm, und, äh, yo, muss doch gucken, dass ich da irgendwie die Aufnahme noch reinschmeiße, wo ich das, äh, auch schaffe, Gott, die Musik ist einfach wieder ultralaut, ich höre mich wieder selbst nicht, Rebellen, Rebellen, genau, ja, so ist gut, ne, schön ausgeglichen, ähm, Der kommt noch zu uns, äh, genau, Rebellen, Team 2, Team 3 ist irgendwie witzlos, weil dann können zwei auf einen gehen, das ist irgendwie, äh, naja, ja, das ist einfach witzlos, so, wir haben auch einen schweren KI dabei, ob uns das am Ende was bringt, das bleibt abzuwarten, äh, der ist auch, genau, damit sich gar, gar keiner mehr zurechtfindet, äh, blau und blau, und das ist, äh, rot und orange, ich glaube, kann nochmal grün sein, aber das funktioniert eigentlich auch, ich mach den mal grün, und der bleibt orange, so, und das sieht wieder gut aus, äh, ich höre mich immer noch nicht, sehr gut, egal, so, die erweiterten Regeln bleiben so, wie sie sind, hm, habe ich irgendwas vergessen, User, äh, User Imperium vor allem, so, schwere KI, ähm, Imperium, genau, Team 1, so, das bleibt sofort, ja, opast, ne, alles klar, Schlacht Alderaan, Raumschlacht Titanur, herzlichen Glückwunsch, okay, so, wie geht das nochmal, jetzt muss ich jetzt auf das Imperium klarkommen, warum kosten die schon 50 mehr als die Rebellen, wow, äh, so, die können nicht die Waffen aufbessern, die können nur verbesserte, Reaktoren, aber das Raum, Jäger, ach, mein Buddy hat, oh, cool, stimmt, so war das, man hat sich ja einen Pool geteilt, hat sich auch die Raumstation, interessanterweise, ein Member, wahrscheinlich geht das auch deutlich einfacher, wenn ich hier einen Buddy dabei habe, ist es ein bisschen cheesy, muss ich sagen, aber es geht natürlich nur darum, die, die Einheit zu zeigen, ähm, Mein Gott, ne, klingt relativ böse, oh, so, Kollege, da legen wir, jo, die Hälfte ist erstmal recht weg, so, wir drehen direkt mal ein bisschen auf, ja, die, nach oben, was können die überhaupt, die können Gegner jagen, aha, Oh, das hat ihr aber nicht gesagt, dass die Raumstation aufgerüstet wurde. Das ist auch die schön hämisch. Okay, wir können Robafit bauen. Bauen vor allem. Verfolge gegnerische Kräfte, auch geil. Okay, so, jetzt können wir die Waffen aufrüsten. Oh, ich glaube, da oben kriege ich gerade Sauen. Ah, keine Ahnung, hier wird nicht alles angezeigt. Okay, ja, easy. Das hat wir alles lockern kriegen. Ja, und der Bauter unten alles auf. Verstanden. Okay, dann machen wir damit. Frage über Fragen. Genau, hier den, ist es unsere? Jo, perfekt. Dann rufen wir da mal den. Hä? Achso, okay. Ich dachte, das kommt jetzt angerauscht. Ja, gegner Gericht. Schiebt ihr? Der ist doch. Kann sie nicht abschütteln? Melde mich. Ja, Sir. Position geplottet. Was? Position geplottet? Was soll das denn heißen? Ich kann auch, wie viel Kohle der andere hat. Wir bauen trotzdem einmal die Raumstation weiter aus. Okay, ich dachte, ich dachte für einen ganz kurzen Moment, das wäre Boba gewesen. Der hat schon abgeschossen wurde, das wäre irgendwie uncool gewesen. Ah, ich weiß eigentlich schon viel zu leicht hier. Wir wissen alle, wo das hinführt. Jo. Rüstet der noch was auf oder? Ne, ne? Wow, schon wieder. Und sie sagt das schon wieder so hämisch. Als ob sie mich verlieren sehen will. Ja, okay, vielleicht müsste ich dann gleich doch nochmal ein One-on-One machen gegen den PC. Komm, meine Nasse schon wieder zu. Ah. Witzig, dass die Teil-Interzeptoren nun die Standard-Einheit sind von Imperium. Wobei sind das ja die absoluten Billow-Teilfeiter und hier kostet die einfach mal mehr als die X-Wing. Wobei die Rebellen ja schon, oder irgendjemand von den Rebellen ja schon mal gesagt hat, dass die A-Wings gerade mal so mit den Teil-Interzeptoren mithalten können. Da steht viel in diesen komischen Ratgebebüchern. Keine Ahnung, das muss der Rebellen oder so? Ja, nein, vielleicht. Oh shit. Ja, da gewinnt die, da gewinnt die keinen Blümkopf. Aber mein Buddy kann ja auch mal die ganzen Truppen hier in den Ring schmeißen. So, ich baue erstmal eine Victory. Aber doch, relativ teuer, ne? Das hat Waffen von den Raumjägern verursachten Schaden und 25 Prozent. Ja, warum nicht? Hier können wir das Hyper-Wiegeschütz einmal... ...einsetzen. Gibt es hier irgendwelche neuen Spezialeinheiten? Ja. Da brauchen wir doch einfach mal drei von. Die Kohle haben wir. Oh. Ja, die kriegt gleich mal hier direkt die Victory ab. Navigiere zu befohlenen Koordinaten. Aua, er baut auch E-Wings. Äh, E-Wings, genau. E-Wings, die gibt es hier leider nicht. Wow! Der Hauptland-Friedbohr ausgeschaltet. Da in den Bereichen. Unsere Schilde sind aufgemacht. Äh, hallo? Ich hätte sich schon von einer einfachen Nebel-Wing-Friedbohr-Gasse gesmackt. Das, äh, sehe ich aber anders. Da habe ich doch noch ein Wörtchen mitzureden. Ey, nicht mal eine Defender hier kaputt machen. Das hört mich. Ja, komm, hör mal hier. Hau doch mal back hier aus dem Bild. Ah, da geht es wieder los. Da muss ich schön aus dem Fenster lehnen. Mal wieder. So, dann muss ich mal hier die Waffen auf, wenn der andere das, ähm... Orbital-Kommando verfügbar. Ach, Quatsch, mir doch da hätte ich alle ins... Bestätige. Ah, Mann. Oh, shit. Greife die Laser ab. Oh, shit. Aber hier kann ich die... ...Teil Defender einsetzen. Yeah. Information. So, viel Spaß, Kollegen. Wir haben unsere Turbolaser verloren. Die Turbolaser, ja. Die können sehr schnell lesen. Wir haben unsere Ion-Kanonen zerstört. So, guten Morgen. Guten Tag. Zu Befehlen. Äh... Fahrzeug wird produziert. Fangen wir einfach mal ein bisschen. Freigeschwader hier. Schilde Fahrzeug, bereit. Rollen, hörst. Fiest auf diese Laser. Gib mir Deckung. Jo, die macht sich auch mal aus dem Staub. Wir gehen hier in K2. Bereits zum Befehlserfahren. Zielt auf den Antrieb. Freigeschwader hier. Verstärkung unter links. Verstärkung unter links. Melde mich lieber Moor. Oh, geht gut ab. Geht gut ab, langsam. Weil er auch eine gute Figur abliefert. Ja, oder so. Das oder so ähnlich. Oh, wie der konzentriert, Mann. Ich bin getroffen. Wir werden als Ziel erfassen. Aufrüstung läuft. Achtung, erwendet. Da ist irgendwas exklusiviert. Ich hoffe, das war nicht von mir. Bereit zum Befehlsempfang. Das ist jetzt aber fett. Äh, stimmt. Der wartet doch schon die ganze Zeit. Auf sein Ansatz war. Den hat er als Eiskalt mal vergessen. Die Entstellung, wie ihr wünscht. Meine Sicht ist versperrt. Reit zum Diener. Drehe bei. Raumstation ausgerufen. Sehr schön. Dann können wir den Thrawn schon rufen. Alles echt unfair, dass man den hier schon rufen kann. Erwinterunterstützung. Wobei er schon hier 6200 kostet. Und, äh, ab war, glaube ich, nur so 53 oder so. Wann möglich nicht nur bestrafen. Aber das ist die Wahrheit. So, auf den möchte ich mal eben verschwinden sehen. Den auch? Hä? Konzentriert das Feuer auf ihre Laser-Manderin. Roger, bestätigt. Dealt auf die Laser. Schorn meldet sich wie bevor. Den meinte ich das einfach nur, oder ist das Imperium einfach nur deutlich stärker? Alle Jäger, Angriff! Ich bin davon aus auch unfair, dass ich die ganze Zeit diese Jäger mit dazu kriege. Ich melde nicht wie bevor. Aber, hey, wir bin ich schon. So, guten Tag. Selbstverständlich. Jawohl, Commander. Ja, aber die Blanzlinge einfach wieder durch. Äh, okay. Habt ihr etwas zu melden? Ich bin bereit. Selbstverständlich. Einsatz bereit. Aufrüstung läuft. Viel Neues kann ich allerdings nicht rufen. Außer, dass wir hier, also, in Bezug auf das Add-on. Wir haben ja immer das Total Interceptor-Geschwörder. Ja, jetzt ein Glückwunsch. Die kennen wir schon die ganze Zeit. Und einmal die... Wow. Buddy hat hier das Hyper-Viegel-Shit einfach mal ausgebaut. Aha. Und dann können wir jetzt schon mal... ...Zu-Schlachtung... ...Hauptbasis gehen. ...Verstehe. Station bereit. Bereit. Ihr benötigt meine Fähigkeiten. Was kann der Dude überhaupt? Der Thrawn. Ja, Commander. Aus seinen drei ausgezeichneten Büchern erscheinen. So, ähm... Sturm. Allerufen richten mit Schnellfeuergewaltigen Schaden an. Achso, genau, dieser Fangstrahl. Oder wie viele... Ich glaube, es gibt auch diese Thrawn-Trilogie. Ja, dann vielleicht. Ich höre nur Gutes und ich habe absolut keine Zeit, mir die zu holen und zu lesen. Nice. Ich habe die Möglichkeiten ausgelotet. Alles falsch gemacht. Orbital-Kommando verfügbar. Bereit. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Ich bin verfügbar. Wie lautet eure Analyse? Okay, ich gehe jetzt schon mal die Säger-Hauptbasis an. Das ging allerdings etwas zu schnell. Verzügere Feuer für maximale Wirkung. Wählt eure Position mit Bedacht. Yo. Ey, das ist einfach nur lächerlich. Benötigt hier mein Fachwissen. Ich nehme an, ihr braucht meine Hilfe. Vielleicht ist das Spiel gar nicht mal so gebalanced, wie es vielleicht sollte. Aber... Das muss an meinem Buddy hier liegen. Der macht einfach den Job des Jahrhunderts. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal die letzten Truppen sehen. Unser Angriff ist ausgefallen, Sir. Wenn ich mich nicht ganz irre, dann kann man hier in den Gefechten auf den Superstell-Zerstörer bauen. Die Executor. Aber das müssen wir dann im nächsten Gefecht machen. So. Ja, komm. Die Schilder halten das nicht aus. Die Schilder halten sich wie befohlen. Die Raketenwerfer sind das Schiff der Rebellen. Kennt ihr ja schon. Die neuen. Neu formiert. Erwachte Befehle. Verstanden. Schießt auf die Ionenkanone. Aufrüstung abgeschlossen. Empfangen Nachricht. Äh, nee, kann man nicht tatsächlich. Wow. Okay. Dann habe ich das falsche in Erinnerung. Dann gibt es hier nur noch den Pilt. Ja, das war so ein bisschen unterfordert, muss ich sagen. Schade. Aber dann lege ich nochmal schnell eins nach. Und zwar, äh, da habe ich nochmal eine mittlere KI. Der wird wieder hellblau. Ist Team 1. Und dann, äh, schwere KI, schwere KI und packen das Konsortium dazu. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Warum auch immer. Ja, wir wissen immer schon, dass die Rebellen auch ein bisschen hinterherhaltiger sind. Und, äh, sich hier direkt mit dem Konsortium auch zusammentun. Das heißt, wir müssen da wieder für recht in Ordnung sorgen. So, aber wo? Kamino Chaos. Ja, äh, Chaos über Kashyyyk. Das Ding witzig. Aber wir nehmen die Belagung von Khorisunt. Äh, passt da was da? Iiiiia. Nice. Das geht gar nicht. Schade. Okay, dann treten wir gegen das Konsortium an. Das Toshambezug, yo. Ah, dann. Auf ein neues. Diesmal möchte ich das allerdings etwas knapper haben. Aber man soll ja immer vorsichtig sein, was man sich wünscht. Wo fliegen die denn hin? Einfach da irgendwie direkt in die Mitte? Okay. Ich bin dankbar, dass er die Raumstation aufrüstet. Dank Bär. Wow, da war schon... Was? Ach so, okay. Auf dem Radar wird das schon als Gegner angezeigt. Wow. Teigeschwader hier. Einheit wird produziert. Auffrüstung läuft. Station bereit. Auffrüstung abgeschlossen. Aufbau beginnt. Bereit für eure Befehle. Hier kann man es auch reparieren. Ah, läppsch. Antrieb aktiviert. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Geschwader in Bereitschaft. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Äh, wo kann ich denn hier wen rufen? Außer gar nicht. Verstärkung unterwegs. Wow, das war jetzt erstmal ein 500 IQ-Zug. Wie immer, also. Auffrüstung abgeschlossen. Kampfbereit. Position geplottet. Wurde aufgerüstet. Angriff. Konstruktion abgestattet. Feuer. Keine Ahnung, ob die da stärker sind, ob die da mithalten können, wie die die Basteroiden eingesetzt haben. Die Ionenantrieb bereit. Für die E-Gitarre übernimmt ich gar nichts mehr. Äh, so. 52. Warte, ey, das ist ja peinlich. Ich bin getroffen. Ich kann nicht die Position beste. Wir werden als Ziel erfolgen. Wow, aber die gehen einfach, ja, die haben keine Chance in den Dingern. Cool. Setze Geschwader ein. Verstand. Das ist ja schon so fast unfair. Aber das ist das im Periode auch. Äh, genau. Roba 4,1-Mail und TIE Phantoms. Weil die tatsächlich gar nicht mal so gut sind gegen... Ich kann sie nicht abschütteln. Ich bin hier vollkauft, dass die meisten anderen Time-Mailer besitzt sich, aber dafür einen Schildgenerator, einen Hyperraumantrieb und einen Tatsch-Generator. Der Fettop kann allerdings nicht zur Abwehr und... Was? Der Fettop kann allerdings nicht zur Abwehr und Tatsch-Schilder... Ich bin getroffen. Nicht? Hä? Nicht Abwehr und Tatsch-Schilder. Ach so. Aufrüstung läuft. B, die Freude. Das weiß ich noch nicht. Keine Verstärkung mehr. Schon noch unterwegs. Habe verstanden. Sofort. Angriff auf dieses Ziel. Jo, ja, genau, noch ein paar mehr. Okay, jetzt geht's langsam los. Zum Befehl. Einheit wird produziert. Aber solange es L-Kohle gibt, ist alles in Ordnung. Aufrüstung abgeschlossen. Ja, bleibt nochmal stehen. Macht einfach mal gar nichts. Kleine Überraschung gefällig. Wow, der zieht ab. Und vor allem schießt der Raketen. Cool. Räuchter online. Navigieren. Ihr habt seinen Job für mich. In Bewegung. Ziel in Reichweite. Farts are here. Habe verstanden. Antrieb aktiviert. Empfange Befehle. Roger. Was? Koordinaten bestätigt. In Arbeit. Empfange mehr hier nicht. Und da ist leider schon die erste Fregatte. Meldung wird entschlüsselt. Fahrzeug wird produziert. Einsatz bereit. Oh. Aufrüstung läuft. Ja, Commander. Feuern, wenn bereit. Melde mich wie befohlen. Ich warte. Räuchter online. Verstanden. Wow, der hat sich gerade hart auf den Sack. Oh, der hat nicht mehr lange. Der hat nicht mehr lange. Die erledigt gegen Zielsatzinformationen. Ja, Sir. Sir, ich habe ein Verhalten. Seht, eure Verstärkung. Verstanden. Station bereit. Aufrüstung läuft. Brauchst du, ich die halt auf? Ist auch in Ordnung. Wow. Was braucht ihr? Sofort. Bin unterwegs. Der hat es hier nicht leicht. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Und die Laser sind unser Ziel. Und ihr noch weiter Zeit vergeuen. Eure Befehle, Sir. Acht er erheben voraus. Ausweichmanöver. Aufrüstung abgeschlossen. Gegnerische Raumstation wurde aufgerüstet. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, ich bin da. Aufbau. In Bereitschaft. Kreuzer in Bereitschaft. Bereitschaft. Roger bestätigt. Shit. Das hat mich einfach mal Boba fett gekostet. Information. Das hat mich mal fett in Boba gekostet. Werde beschossen. Raumstation bescheuert. Oh, das ist gleichzeitig. Warum? E3 Interceptor. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Erwartet Befehle. Aber ich wollte es ja schwieriger haben. Natürlich. Oh, das geht noch nicht mehr. Reif an. Verstanden. In Angriffsposition. Erwartet Befehle, Sir. Gebt mir Deckung. Ich habe ihn fast. Schalte sie auf. Interceptor gespannter meldet sich wie befohlen. Ziel wird erfasst. Achtet auf brechliche Schäden. Die schicken einfach mal die IG-Brüder und die Dingensbrüder hier. Die Bosk-Brüder. Die Bosk-Brüder ist los. Abgeschlossen. Fahrzeug wird produziert. Ja, noch weiter bitte. Unsere Raumstation wird angegriffen. Meldung wird entschlüsselt. Der Mieterunterstützung. Oh, shit. Ja, boah, das ist laut. God. Was macht mich hier der mit kaputt? Aber ich weiß nicht was. Yo, die haben wir schon, die. Alles klar. Da sehen die kein Land gegen. Der Torpedo-Werfer wurde zerstört. Da sehen die kein Land. Einsatz bereit. Reutzer meldet sich auf Angriffsposition. So, Rambofett schnappt sich mal direkt hier die anderen Dots. Genau, lenkt mal ab. Sehr gut. Ja, der fliegt direkt aus der Schlacht raus. Das ist da, wo er nicht den hat. Ich bin gekocht. Sie gleich da. Ich habe ihn. Ich wünsche mir, die Begegnung zu sein. Schon unterwegs. Ich verlass sie mir. Warten bereit. Wir werden als Zieler passen. Warten. Warten. Und. Jetzt. Feuer frei. Das sind viel zu viele. Also, wo ist meine? Ja, das ist mal wieder ripped. Das geht doch schon deutlich anders aus als gerade. Jetzt verrennt er mich mit Jägern. Oh, wie Pahkommando verfügbar. Ich bin getroffen. Raumstation beschädigt. Melde mich wie befohlen. Alle Schotterkontrolle. Zu befehlen. Dir rückt nicht vor. Oh, okay. Jetzt wird es mal. IG hat da gekillt. Auch cool. Nicht? Unser Hauptantrieb wurde ausgeschaltet. Wow. Unser Helm ist ausgefallen. Neu von mir. Besteh dich. Empfange Nachrichten. Unsere Turbo Laser Batterien wurden ausgeschaltet. Aufrüstung läuft. Er braucht die Festung nicht aus. Die Festung vor allem. Ja, genau. Die, die. Ihr wisst schon. Weltraumbasis. Meldung wird entschlüsselt. Au. Er hat hier ja noch eine Victory. Shit. Hätte ich dem mal helfen sollen. Habe ich natürlich nicht. Bereit. Räuft sein hier. Direkt vor. Bestätigt. Vorwärts. Frequenz offen. Volle Kraft. Roger bestätigt. Können wir mal ein bisschen schneller fliegen oder dauert es einfach nur? Ich muss die Jäger loswerden und die kleinen Proventen hier. Wenn das mal so einfach wäre. Information. Weit in Reichweite. Kommen wir zu eurer Position. Wir werden angegriffen. Erwarte Befehle. Okay. Geh schütteln habt ihr euch. Ich bin getroffen. Verstanden. Wir werden als Ziel erpassen. Besteht. Eröffne Feuer. Nähere mich dem Ziel. Melde mich wie befohlen. Wow. Wer macht da nur so einen Schaden? Unterwegs. Positionsänderung. Ja, Sir. Jawohl, Commander. Oh, Gott. Wer macht denn da so ein Damage? Er oder was? Wow. Oh, tatsächlich. Ich rass da aus. Beginne Angriff. Verstärkung verfügbar. Okay, ciao. Dann los. Geh zum Angriff über. Information. Erwarte Befehle. Station bereit. Er bitte unterstützt. Orbitalkommando verfügbar. Anfrage gelöscht. Er hat hier Spaß. Und ich hab hier Spaß. Allerdings auch keine Einheiten. Wo sind die anderen? Die sind alle weg, Kollege. Die sind alle erstmal. Gone. So. 6.000. Ja. Ja, okay. Der Sprung ist relativ krass. Also erst die Raumstation für 4.000 aufrüsten und dann ihn für 6.200. Und er wird das große, den großen Turn auch nicht bringen können. Brauche ich jetzt Einheiten, die unterstützen? Ja, komm. Das war wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung. Scheiß drauf. Melde mich. Auf dem Weg. Position eingegeben. Auch in diesen Sektor. Für das Imperium. Ah, das war leider nicht die, leider nicht die richtige Entscheidung. Shit. Empfange Nachrichten. Einheit gelöscht. Ja, Sir. Übertragung bestätigt. Ah, nein. Jetzt hat er hier doch relativ viel. Mann. Frage über Fragen. Vielleicht kann ich ja doch rechtzeitig den Thrawn rufen. Während er da abgeknallt wird. Meldung wird entschlüsselt. Komm. Oh, komm. Easy. So, das braucht jetzt noch 3 Minuten und dann... Ne, keine Ahnung. Na, okay. Der wird hier auch gegessen. Gegnerische Raumstation wurde aufgelöst. Der wird hier komplett gegessen. Ja, Kommandos bereit. Komm, Station beschädigt. Ja, Wälderkraft da im Alleingang die gegnerische Basis an. Hervorragend. Ist er denn da vorne? Station bereit. Und er macht einfach meine Basis hier kaputt. Als wäre nichts. Admiral Thrawn meldet sich wie befohlen. Wählt eure Verstärkung. Verstehe. Achtet auf eigentliche Schütze. Habt ihr etwas zu melden? Die Laser sind unser Ziel. Obitalkommando verfügbar. Fahrzeug sind und produziert. Aber wir kennen das ja. Der Gegner kriegt eh immer unendlich Leute. Und wenn er da schon durchfliegt durch die ganze Scheiße, dann kriegt er auch seine Belohnung dafür. Ziel im kritischen Bereich. Zu Befehl. Empfange Nachricht. Erwartet Befehle. Los, weiter. Aufstation beschädigt. Konzentriere die Feuerkraft. Genug. Ich werde anderswo gebraucht. Ich bin gekommen. Dass wir uns nie wieder sehen. Unsere Schilder wurden ausgeschaltet. Der Reizung zuschlagt. Unser Hauptziel sind die Läder. Aber Karin. Meine Sicht ist verstärkt. Das könnte ein kleines bisschen knapp werden. Wo sind die andere? Meldungen wird entschlüsselt. Keine Schafe abzuhalten. Erwitterung durch die Startpapfer wurde ausgeschaltet. Verliere Energie. Boah. Ihr benötigt. Ja, genau. Der fliegt einfach durch. Die Laser sind unser Ziel. Das ist doch egal. Oh nö. Wo bleibst du hier? Er fliegt einfach weiter. Ein Raketenwerfer wurde aufgerufen. Ja, das war es. Ich habe keine Kohle mehr. Ich habe die Möglichkeiten ausgelotet. Eine Laser-Batterie wurde vernichtet. Ja, knappes Match. Wirklich knapp. Bis zur letzten Sekunde. Ultra-super-duper-knapp. Ach, scheiße. Okay. Äh. Komm. Das kann ich besser. Das kann ich besser. Die Schlumpffabrik. Wir wollen ja kein El-Schum-Nero sein. Äh. Team 1. Ihr seid dann Team 2. Rebellen. Ach so, Rebellen. Äh. Ich werde schauen, dass ich die, dass ich am Anfang etwas mehr Einheiten baue. Dann eher so durch die, äh, kann man sagen, Lufthoheit, äh, die Sachen halt heute. Keine Ahnung. Befehle, Sir. So schnell wie möglich, Jürgen. Okay, er rüste wieder auf. Sehr gut. Aufrüstung läuft. Bereit für eure Befehle, Sir. Na, komm. Na, komm. Put, 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 put. Aufrüstung. Wir schwarzen Bereitschaft. Unterwegs in diese Richtung. Orbitalkommando verfügbar. Drei Geschwader hier. Einreif wird hergestellt. Wählt eure Verstärkung. Aufrüstung abgeschlossen. Aufrüstung läuft. Aufrüstung hier. Aufrüstung da. Fahrzeugen. Was ist das überhaupt? Erfringer den Schaden den Korvetten erleiden. Den Korvetten erleiden? Wow. Kampfbereit. Warum kann ich das jetzt schon bauen? Hä? Asteroiden voraus. Anzweichmanöver. Geh auf Abfangkurs. Verstärkung unter links. Bestätige. Ja, diese Bastroiden sind gar nicht mal so scheiße. Konstruktion abgeschlossen. Teilgeschwader hier. Wer hat er getroffen? Verstärkung unter links. Verstärkung unter links. Aufrüstung abgeschlossen. Erwarte befehle. Verfolge gegnerische Hauptstationen wurde aufgerüstet. Kurs eingegeben. Anweisungen empfangen. Antrieb aktiviert. Erfasse Ziel. Verstanden. Drücke vor zum Ziel. Aufegerüsten. Aufgerüstet. Einheit wird produziert. Okay, wir bauen ein paar Wetten. Denn ich denke, gerade hat er mich doch mehr mit den Jägern fertig gemacht als mit allen anderen. So, viel Spaß. Ach, dein Gottverdammter Ernst. Er schickt da oben tatsächlich seine Leute hin. Wow. Wow. Wirklich wow. So, darfst dich mit meiner Basis unterhalten, Kollege. Frequenz offen. Ja, genau, das macht er da auch schon kaputt. Cool. Baut mein Kumpel auch noch mal was, oder kommt der noch zu? Ah, sehr gut. Da fand ich gerade schon beschweren. Alles über. Einsatzbereit. Verliere die Kontrolle. Fahrzeugen wird produziert. Alle Interceptor. Alle Jäger. Angriff. Verstanden. Wir feuern auf ihre Laser. Interceptor Geschwader meldet sich wie befohlen. Positionsänderung. Befehle, Sir. Schilde passt auf null. Habe verstanden. Okay. So, den nur einmal unterstützen, sonst hat er da nicht mehr lange. Und dann wollen wir auch wieder auf. Sehr gut. Genau, plottet mal deine Position. Whatever that means. Wir feuern auf ihre Laser. Äh, nein, ich weiß gerade nicht worauf ich schießen soll. Aufrüstung läuft. Ja, Sir. Die machen noch nicht mal wirklich Schaden. Cool. Jawohl, Commander. Verstärkung verfügbar. Ja, hier alles. Alles mal in Richtung Posk. Gegnerische Raumstation wurde... Oh, komm. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ah, er war da schon. Er war da schon. Hey. Feuer! Hat das gerade schon eine Korrekte kaputt gemacht, oder wer? Oder wie? Oh, was? Schon unser Weg. Wie lächerlich stark ist das denn? What the heck? Ja, dem tut das einfach gar nichts. Der macht ja... Ja, genau. Okay. Was ist das denn? Ja, so, ja. Dann lass ich mal kurz deine... deine komplette Verschwinden, Kollege. Ist das deren Ernst einfach? Oh, wieder von Korvetten. Um 25 Prozent. Diesmal brauche ich schneller, Vader. Ich brauche irgendwas gegen die ganzen Jäger und so. Wenn man dann mal nicht von Boss gegessen werden. Oh, shit. Da bin ich ja genau richtig geflogen. Nichts. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ich hab' den Antrieb. Scheiße, ich hab' den Antrieb. Ich hab' den Antrieb. Scheiße, ich hab' den Antrieb. Ich hab' den Antrieb. Roger, bestätigt. Das Ziel ist in sich. Die Schilder halten. Erwarte, befehlen. Achtet auf fändliche Schäden. Ich hab' den Antrieb. Ja, aber du kannst mal hier den... Wenn wir mal den Boss hier aus dem Bild nehmen. Ach so, das sind noch mehr? Ja, klar, du drück' nochmal zwei. Nein, ich den, den. Verstanden. Ich geh' dabei. Ja. Aber klar, ja. Ja, 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 ja. Hier oben ist er auch noch. Neu von mir. Die Ionen-Kanonen sind nicht einsatzbereit. Melde mich wie befohlen. Euer Mangel an Glauben ist beklagen. Ne. Unser Mangel an Schiffen ist das eher. Ja, ja, genau. Ja. Noch irgendwas? Noch irgendwelche guten Neuigkeiten? Oh shit. Wie der Imperator befehlt. Empfange Nachricht. Ja, ich will doch nicht meckern, aber... Einheit wird produziert. Ach, die schummeln doch beide. Die schummeln doch beide. Okay, das wird leider auch relativ schlecht für uns ausgehend. Deswegen mach' ich jetzt, äh, Schritt 3. Das wird immer seltsam. So. Äh. Wie geht das denn? Kann wir... Wir spielen mal den Road-Konflikt. Oder Huff. Puff. So. Mittlere KI. Mittlere KI. Äh. Mittlere KI. Gegen... Keine Ahnung, macht das Sinn? Eine schwere, zwei mittlere, drei schwere. Mal so was ganz abstruses. Keine Ahnung, ob das gut geht oder nicht. Aber das findet gleich aus. Aber dann würde ja eine mittlere... Ah komm, dann kriegt die noch ne... Kriegt die noch ne leichte dazu. Dann ist das doch irgendwie ausgeglichen. Konsortium, Konsortium, Konsortium. Und noch, hey, noch mehr Konsortium. So, die völlige Eskalation. Die Farben kann ich mir nicht merken. Scheiß drauf. Und wär auch cool, wenn die alle im Team 1 wären. Sind die aber nicht. Und dann... So. Mittlere... So. Schwer, mittel, mittel. Schwer, schwer, schwer. Äh, das muss ich jetzt wieder kanzeln, oder? Schwer und leicht. Aber wahrscheinlich würde das ja... Ah, drei schwere. Weiß ich nicht. Mach was Sinn? So. Mach das Sinn. Keine Ahnung. So. Wir würden eine mittlere und eine leichte KI eine schwere KI ersetzen. Das finden wir raus. Ähm... Ja, passt das? Ja, dann vielleicht. Ähm... Ja, komm. Fuck it. Wird schon irgendwie... Schief gehen. Meldung wird entschlüsselt. Da liegt ja scheinbar schon hin. Gehen die in die Mitte? Asteroiden voraus! Ausweichmanöver! Ja. Station bereit. Aufrüstung abgesprochen. Orbitalkommando verfügbar. Bereit. Sag ich doch. Ihr TIE Interceptor. Interceptor geschwader meldet sich wie befohlen. Ich hab mich verstanden. Ja. Gut, dass man jetzt einfach überhaupt nichts gesehen hat. Aufrüstung abgeschlossen. Zu Befehl. Gegnerische Raumstation wurde aufgerüstet. Befehle, Sir. Aufrüstung abgeschlossen. Empfange Nachricht. Er bitte Unterstützung. Ziel im kritischen Bereich. Aufrüstung läuft. Bereit für eure Befehle, Sir. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Geschwader in Bereitschaft. Sofort. Ich hätte gern dieses Geschütz hier, ne? Wir wollen es nicht mehr rein. Und wir haben tatsächlich eine Mine. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Ausweichmanöver. Der Nebel blockiert unsere Sensoren. Auf, ist noch abgeschüttet. Schon unterwegs. Ja, da sind die. Da war der komplett falsch. Bestätige. In Formation. Der Nebel blockiert unsere Sensoren. Wir haben deinen Job für euch abgeschlossen. Koordinaten bestätigt. Erwarte Befehle. Meldung wird entschlüsselt. Unsere Raumstation wird angegriffen. Roger. So gut wie er erledigt. Diesmal kommt ihr mir nicht davon. Die verstehen es einfach nicht. Verstanden. Verstanden. Das haben die schon eingenommen. Das war so klar. Aber verstanden. Wo fliegst du wieder hin, Kollege? In Arbeit. Melde mich. Ja, Sir. Achtung, er wendet. Ich hab ihn. Ja, Commander. Der Nebel. Unterwegs. Ich warte. Kein Problem. Verstanden. Greife an. Einsatz bereit. Jo. Okay, Raketen sind doch gar nicht mal so schlecht. Okay, fairerweise habe ich das auch nie behauptet. Und doch. Direkt in der letzten Folge einfach komplett so. Ja, ne, die sind alle scheiße. Die sind alle schlecht. Station bereit. Mhm. Ein Victory hätte ich da noch gerne. Oder hier oben die Mine eingenommen. Ich bin hier. Ich kümmere mich darum. Was habt ihr für mich? Ich verliere langsam die Geduld. Bereit. Was braucht ihr? Empfang. Klar. Die Entstellung. Aufbau, die ihr wünscht. Orbitalkommando verfügbar. Ja, wieder mit Korvetten. Okay. Ach komm. Ich bin einfach mal der große Supporter hier. Ich rüste mal die Technologien auf. Weil ich glaube, dass er sich da nicht drum kümmert. Also der PC. Oder alle PCs. Alle PCs, dieses Bild. Dann helfe ich ihm wahrscheinlich mehr, wenn ich die Sachen aufrüste. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Die setzen schon wieder Bosk ein. Die Bosk-Grüder. Joho. Empfange Nachrichten. Aufrüstung abgeschlossen. Aufrüstung abgeschlossen. Ja. Aufrüstung abgeschlossen. Das kann ich allerdings noch später bauen. Ich baue erstmal Vader. Der jugnerische Raumstation wurde aufgerüstet. Ja. Ah, da geht es schon los. Greife an, beginn den Angriff. Schilde passt auf Null. Aufrüstung abgeschlossen. Ich bin gekommen. Nähdung wird entschlüsselt. In Bereitschaft. Antriebssetter. Jawoll, das sieht doch schon, das sieht doch schon viel besser aus. Jo, und das überhaupt. Darum erstmal verschwinden lassen. Einsatzbereit. Aufrüstung läuft. Bereitet euch auf meiner Ankunft vor. Sehen wohl wird verstanden. Ihr wünscht. Dein Ziel. Überläuft ihn mir. Wer nicht mal wissen, was ihr da getroffen habt. Was ist? Bereit. Ende. Ihr habt was getroffen? Ihr habt deinen Job für mich. Okay, Boba frisst gerade einfach mal Bossk. Ja, haha, wow. Roger. Ich bin dein Schicksal. Das war schon nicht schlecht. Sie nähern sich schnell. Oh. Keine Kohle. Interceptor geschwader meldet sich wie befohlen. Wer fehlt noch angeschlossen. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Was? Ich bin unterwegs. Wie lautet euch an die Leber an? Ich war für kleine Überraschungen fertig. Okay, der hat ja fast Schaden gemacht. Ich bin da. Zu uns hier erledigt. Was ist? Jo, Vader macht Schaden. God. Dieses Monster. Ja, er wurde. Der ist leider nur gut gegen Flieger. Gegen Schwadrone. Station bereit. Ja. Ja, genau. Sag mal kurz Bescheid bevor du halt drauf gehst. Cool. Was nun? Es wird geschehen. Jetzt werdet ihr lernen was Leiden wirklich heißt. Orbitalkommando verfügbar. Auf Station sind angegriffen. Noch mehr Gegner. Aufrüstung läuft. Ich habe mich entschieden dazu gerade mal nur zu supporten. Viel zu leicht. Die KI macht das ja nicht. Ja. Und ich denke, dass ich denen damit am besten helfe. Es sieht doch gerade, wenn ich das mal wieder so sagen darf, gar nicht mal so schlecht aus. Aber genau dann kommt normalerweise der große Turn. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Alarmiert alle Kommandeure. Die Raketen machen das echt zu einer recht einseitigen Sache. Viel zu leicht. Ja. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Sie werden sich uns anschließen oder sterben. Ihnen nach. Boah, der ganze Bildschirm ist einfach voller Eilheit. Sehr schön. So, wie das sein muss. So, wie das auszusehen hat. What? Er löscht einfach die Raketen. Ja. Natürlich. Völlig normal. Völlig normales Phänomen. Das ist einfach die ganze... Der ganze Bildschirm ist einfach voll von den Typen. Ja. Werde beschossen. Neu von mir. Greife dieses Ziel an. Ihr setzt zu viel voraus. Na komm. Nehre mich dem Ziel. Ich bin getroffen. Euer Gehre mich dem Ziel. Euer Mangel an Glauben ist Beklagungsbeding. Oh, nur Kohle. Wie ihr wünscht. Widerstand ist zwecklos. Müssen die Helden mal wegkriegen. Komm, Wälder. Hau mal hier. Commander, sie treffen uns. Aufbau beginnt. Da drängt auch keiner mal dran, hier die Mine aufzubauen. Aufbau hat begonnen. Empfange Nachricht. Raumstation wird angegriffen. Was ist? Ne. Ey, Vader wird einfach von Igge gegessen. Was? Komm jetzt aber. Schnapp ihn dir. Jawoll. Easy. Ups. Ja. Kein Robemon. Kein Robemon. Der hat schon wieder alle gegessen. Warum? Halt auf damit. Ich sehe wieder nur Schiffe des Konsortiums. Ja, genau. Gerade sah das doch noch relativ gut aus. Ja, da wäre ich auch nicht reingeflogen. Ja, hat sich voll gelohnt für den. Hätte ich richtig gelohnt für den. Boah, hatte ich da das nicht mal aufgerüstet. Oh, Mann. Verstetige. Okay, der erste Throne. Sehr schön. Ja, werde ich auch vielleicht halt mal meinen dazu schmeißen. Und im Schlüssel. Erfälle Unterstützung. Jo, das sieht doch schon besser aus. Ne, da schaue ich lieber weg. Ich schaue lieber hierher. Das sieht freundlich aus. Boah, hier ist einfach alles voll. W-What the fuck. Ich bin verfügbar. In Formation. Schalte den Anzehmer aus. W-Was verstanden? Wenn ihr daraufher steht. Aufrüstung abgeschlossen. Ok, nun wenn wir ein Schiff nach dem anderen aufgerissen. Einfach mal unsichtbar werden. Geht eure Position mit Bedacht, feuern wenn bereit. Die Laser sind unser Ziel, benötigt ihr mein Fachwissen, unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Die Laser sind unser Ziel. Ich nehme an, ihr braucht meine Hilfe. Ja, eventuell stimmt das sogar. Ah, wir sind wieder rauskommen. Ich würde ja sagen, ich verschaffe den anderen einfach etwas Zeit. Ja, das war eine gute Entscheidung. Doch mal gar nicht so doof. Am IG verreck einfach. Habt ihr etwas zu melden? Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Erwachte Befehle. Geschwader ist unterwegs. Ja, die Brüder Thrawn haben das wieder mal gelöst. Gelöst. So. Wo sind die anderen? Auf Stationen sind angegriffen. Auf dem Weg. Ich bin bereit. Berechner Angriff. Verstanden. Unterwegs zur Angriffsposition. Was wollt ihr? Beginne Angriff. Oh, die ersten Schlagschiffe. Nicht gut. Werte bestätigt. Niemand stellt sich uns in den Weg. Konzentriert das Feuer auf den Antrieb. Oh, die ganze imperiale Flotte auf einen Haufen. Mindestens. Station bereit. Horbitalkommando verfügbar. Bereit zum zuschlagen. Es wird keine Überlebenden geben. Was eine Schlag. Wow. Jo, jetzt habt ihr auf der zwei Schiffe. Ihr benötigt meine Fähigkeiten. Ich habe bereits einen Plan. Die Laser sind unser Ziel. Zum Befehl. Aufrüstung läuft. Fast schon zu spät. Ich habe die Möglichkeit ausgelotet. Genau, flieg mal mit mit denen hier. Ich bin verfügbar. Mein Gott. Nur noch Altmetall. Nähere mich der Position. So ist Kurset den Sturm. Wie lautet eure Analyse? Ich bin gekommen. Irgendwie wird das gerade links verlagert. Wenn ihr das für logisch haltet. Sogar Rauchstation wird angegriffen. Vernichtet das Ziel. Komm, dreh dich. Dreh dich mal rum. Dann schieß mal auf die Hände. Greife an. Das haben Sie Mistkerle. Unser Hauptziel sind die Laserbatterien. Greife an. Ja, Feuernplisch. Ziel wird erfasst. Aufdrechter schon. Dann kann man schon mal das Ziel wechseln. Mein Gott. Hier geht echt alles gerade ab. Unser Hauptantrieb wurde ausgeschaltet. Empfange Nachricht. Schilde first auf nun. Aufrüstung, Leute. Verstanden. Unsere Schilde sind aufgefahren. Asteroiden voraus. Ausweichmanöver. Feuern bin bereit. Wählt eure Position mit Bedacht. Ich hoffe, ihr habt eine Strategie. Konzentriere gesamtes Feuer auf die Raketenwerper. Eröffne Feuer. Die Laser sind unser Ziel. Ja. Einmal die Turbolaser entfernen, bitte. Aufrüstung abgeschlossen. Ah, das reicht schon. Okay. Konzentriert das Feuer auf den Schildgenerator. Habe verstanden. Benötigt ihr mein Faktwissen? Was war denn das? Wartet auf feindliche Schiffe. Ich nehme an, ihr braucht meine... Ah, okay. Warum ist der denn so plötzlich explodiert? Boah. Boah. Meldung wird entschlüsselt. Kann sie nicht abschütteln. Aufrüstung läuft. Aufrüstung abgeschlossen. Angriffsposition. Ja, Throne hat es nicht so mit dem Drehen. Einsatzbereit. Okay. Ich würde gerne den Peter rufen. Hä, ich könnte schwören, dass man vorher den Superstellstörer einsetzen könnte. Kann aber auch sein, dass das nur in der... auch in der galaktischen Eroberung der Fall ist. Admiral Throne meldet sich wie bevor. Feuern, wenn bereit. Ich bin getroffen. Hyper-B geschützt. Sehr schön. So, Hyper-B. Moment. Ja, da kommt jetzt auch noch einer. Ja, herzlichen Glück. Unser Hauptziel sind die Laser-Batterien. Wenn es gerade nicht mehr besser werden kann, ne? Dann wird es noch viel besser. Der hat mir tatsächlich das eine... die eine Mine weggeballert oben. Rechts. Aaaaah. Habt ihr etwas zu melden? Ich bin der Reich. Sternenzerstörer hier. Verstanden. What? Hä, was passiert denn da? Tron, ja cool. Der wird einfach mal aufgelöst. Das Feuer auf den Schild-Generator. Unsere Schilder sind ausgefallen. Ich bin hier. WP bestätig. Zerstörung des Schild-Generators. Äh, Leute, ich will mich ja nicht beschweren, aber... Was zur Hölle passiert da? Konzentriere die ganze Feuerkraft auf den Schild-Generator. Armstation beschädigt. Unser Hauptanschied ist ausgefallen. Ausweichmanöver. Bereit zum zuschlagen. Konzentriere die ganze Feuerkraft auf den Schild-Generator. Tankstrahl dieaktiviert. Ja, das kann auch so einen kleinen Moment dauern. Und Schlachtschiffen... Ja. Tankstrahl deaktiviert. Der wird einfach gegessen. Einfach so. Beide Schiffe gleichzeitig verloren. Cool. So, wenn die ihre Schlachtschiffe einsetzen, dann setze ich mal hier die Verbesserung ein, die ich gerade schon eher machen sollen. Aufbau läuft. Ja, keine Ahnung, wer gerade die Oberhand hat. Ich hoffe, dass wir das sind. Ja, Sir. Greife die Laser an. Aber der geht wieder hoch. Ja, Commander. Greife an. Raumstation beschädigt. Gerade wenn es gerade... Ne? Wenn es gerade gut aussieht, dann sieht das einfach mal wieder scheiße aus. Wochen? Wieso? Wieso? Ich werde die Kontrolle! Meldung wird entschlüsselt. Einsatzbereit. Neu von mir! Ich bin getroffen! Der kommt da ein Stärzerstörer nach dem anderen rein hervor. allerdings haben die auch mehr schlachtschiffe als wir lieb ist da 1 4 1 die kohle bleibt einfach aus jemand anderes die panzerung eingebaut verstärkt so ab hier oder frauen hier oder frauen hier sofort vorher muss ich mal besser sein aber in dem fall ist es das vielleicht dann müssen wir uns hier einmal neu formieren und dann ja wenn alles glatt geht dann klappt es auch hier benötigt meine fähigkeiten ja aber gar nicht mal so unnütz das stimmt ich habe bereits einen plan da kommt feuerfrei und da ist das nächste ein dickes boot habe ich dann werde ich mich jetzt eher um die kleinigkeiten kümmern ich habe die möglichkeiten ausgelösen generator ist einfach keine schlachtschiffe mehr da cool melde mich wie bevor ich bin verfügbar ja okay außer von uns so gut wie er lediglich hat tatsächlich dieses chimären zeichen auf seinem herrte nicht da komisch auch dass er hier die monitor hat weiß ich nicht wie lautet hier ist auch so eine basis schuss ding interessante taktik wenn ihr sicher seid die schießen mir einfach alles kaputt wohin der jetzt auch wieder abdreht ich warte auf der jahr hat einer teilweise angebot das scheint mir vernünftig sofort der tod erwartet sie der tod erwartet bereit zum befehlsempfang beginne mit anflug orbitalkommando verküttbar die fände in bereitschaft fahrzeug wird die kriegen jetzt nur noch die fände ab so jetzt weiß es mir wo ist mein... wo ist es vorne? nein nicht du, nein nicht du niemand stellt sich uns in den weg es wird keine überlebenden die laser sind unser ziel unser hauptziel sind die lasermatterien unsere baumstation wird angegriffen die laser sind unser ziel zerstört den antrieb konzentriert das feuer auf den antrieb die fände in bereitschaften einheit wird produziert bereit für eure befehle ich hab wieder meine tallye fänder gegessen ganz super posch aha wen haben wir denn da? wen haben wir denn da? vernichtet das ziel erwarte befehle ich nehme an ihr braucht meine hilfe vernichtet sie auch gut während ich die baue kriege ich einfach mal mehr kohle als vorher die brauchen auch ein bisschen Thrawn meldet sich wie bevor ok, Tyber haben sie weggeboxt au, dann können wir dann die mine einnehmen sehr schön nochmal Tyber unter links Verstärkung unter links Admiral Thrawn meldet sich wie bevor ich bestätige die Zerstörung des Schildgenerators Leifer an kampfbereit bestätige Tydefender in Bereitschaft Meldung wird entschlüsselt Einheit wird produziert ja, da sind schon so ein, zwei Teilfighter auf dem Schlachtfeld das stimmt habt ihr etwas zu melden? greife an oh wow das sind tatsächlich nur die geärende Schiefftürme die Schilder halten das nicht aus Verstärkung unter links Verstärkung verfügbar Verstanden habe verstanden Tydefender Bereitschaft so schnell wie möglich ja, genau ich guck den nur schief an und der explodiert ok, so lange wie jemand reinfliegen selbst schuld aus Thrawn ich bin bereit und da schmiert einfach mal das Spiel ab herzlichen Glückwunsch so geil ah, verdammt jo gut ihr werdet jetzt nur noch einen schwarzen Bildschirm sehen ah es hätte so schön sein können aber es ist leider so naja da macht man nichts sagen wir mal es war ein ganz verdienter Sieg für das Imperium natürlich und jo ich denke das war es aber jetzt auch erstmal für Star Wars Empire ähm ich werde mich dann mal in Zukunft um die Mods kümmern jo, in dem Sinne danke fürs Zusehen wie immer und dann Wiederschauen Reingehauen und bis denne tschüss Jesel bis bis hin bis bis jetzt